das nächste mal wenn wir metro spielen muss ich mich anstrengen ich muss 10 kills in der metro schaffen in einer runde für welchen auftrag schnell ziehen oder schnellfeuer oder irgendwie sowas da kriegt man die ersten 2000 och die hast du noch nie? nö Freunde ich muss 10 kills in einer runde in metro schaffen so das ist schwierig ja ich würde sagen jetzt schaffst du nur deine account tipps ja natürlich oh geil TV-Rakete hat man gesessen hilft sich das kill gerade ein Heli mit der TV-Rakete oh man jetzt nehme ich gerade nicht auf toll tja kommt mir wieder keiner! nee! die TV ist klar! der hat auch gar kein fernseher sind wir hier schon irgendwo ein Gegner? wo kommt man denn hier überhaupt rüber? ist hier eine Brücke? ah ja 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 Mann ich fahre mich heute immer fest! was ist denn das? ich fahre mich heute immer fest! was ist denn das? nicht Mann Ah scheiß ich hätt gerne mal wusste was ich gest préf� esimerkamente hatt.. Die hat nichts gemacht Wie? Naja, er konnte so die Waffen wechseln Ich war ja bei dir mit drin eben Und hat nichts gebracht Also er konnte die Waffe wechseln, aber ich hab dann Nicht schießen können Er hat nichts angevisiert Gehen gar nichts Ist wirklich traditionell, aber Hast du die jetzt gerade abgeschossen? Ja Deine ist gut Oh Wer ist das? Chat über Chat die Hohen Dach Halt ruhig, alles klar Elimeli war raus Ich reparier schon Nanu Weiter Dieses absetzen geht mir immer auf den PX Ah Das ist der scheiß Chat, ey Ah, gehts was schöner bei dir? Naja Ich bin doch noch ausgeschossen Ich auch Okay Ist nicht okay Ist scheiße Ja, haste recht, aber So im Prinzip ja ist okay Dass du mir Bescheid sagst Was? Bist du ausgestiegen? Na ja, TV-Rakete Ich habe ein feindliches Heli in sich Ich habe ein feindliches Boot gesichtet Da ist ein feindlicher Schild Ich habe ein feindlicher Heli gesichtet Ich habe ein feindlicher Heli gesichtet Heli kommt rum Hm Trifft die nicht Oh, Scheiße Hinter uns schräg rechts Scheiße Oh, geil jetzt Danke Jojo der Weise Mhm Der Weiße Ich habe ihn noch Sehr gut Oh, jetzt hat er mich ohne Ja Ich habe ein feindlicher Heli gesichtet Ich habe einen feindlichen Heli gesichtet Ja, hatte geklappt Aber gerade so Genau auf die Kante Du hast ja ein Zuzug Die sind über mir Ich sehe mich nicht Das werde ich zum Überraschen Ah, fuck Nummer eins Hat geklappt Arschloch Gamer So, da ist sauber Hast du das geklappt? Hast du das geklappt? Hast du das geklappt? Durchgemobbt Oh Was schieße denn hier? Heli Der Heli Okay Ich bin auch immer falsch verbracht Oh Oh Alter Jetzt dreht er ab Ich komme, habe ich noch eine Idee Treffer Mobilitätskill Was ist denn da? Was ist denn da? Komm zurück! Wo ist denn da? Nur Die ist da? Was ist denn da? Und ich find die LRV scheiße? Du kommst ja gar nicht richtig hoch damit diese komische LHV-25, willst du? ich habe einen feindlichen Polsterwagen, fast nicht der LHV-25 kannst du nicht so genau rumschießen heute, ist richtig ich habe einen feindlichen Fasselwagen gerichtet wir sind denn hier mit dem Jeepo ruhig beim Hofstaat fahrst du wahrscheinlich, geil los, Kampf der Giganten ja kill hu gut ist nicht hier hoch halt komm mit ach, das ist wirklich geil dass das ist nicht Oh, ein Schmetterling! Da würde ich die Frasche in die Fliege Oh, du trägst ja auch Oh Oh Ah Normaler LV, geil Ha, Fahrzeug zerstört So, kill Nicht mit mir, Leute Nicht mit mir, ja Oh Oh Die Felder ist jetzt unbefunden, Herr Kontrollen Anscheinend ist Herrsichter der Position feindlicher Panzerwagen einsatz entgegen Ach Ach Denk an Boost Oh, ich habe einen 200er Boost noch Ich habe 93 25% Boost Ja Das ist geil 93 So, jetzt habe ich schon mal 26 Punkte gemacht mit dem 200% Boost sind das schon mal 52 Ja Mensch, das läuft ja hier 52? Das ist nur doppelte Richtig, musst du doch bei 200% oder? Oder kriegst du dann nochmal 200% drauf? Ja nochmal Ah, geil Also Das sind dann schon 78 Punkte Das sind dann schon 78 Punkte Oh, läuft Machen wir den Rechner wieder aus Meistung Höchst 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 schießt nicht deine stellung, schießt dich jetzt tot! wir hatten gerade Einsatzziel Delta-Bandhorn da ist ein feindlicher Scharfschütze, nervt nicht deine stellung ein cheater hat sie irgendwann schießt dich auf mich ein cheater ein cheater, genau so, wie würdest du jetzt sagen, ich nehme mal E ein oh, die Sonne Shit wir gehen mal unter der Dusche warte mal ok ich will nur was hat der für eine Dusche überhaupt muss ich jetzt bei dir scheuen oder? ach so, ok ey, ich bin grad nackig, man, hau ab ja, ich geh ab das war nicht so Achtung, Einsatzziel Echo gut erobern Bedeutung 2 2 1 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 Endlich, schau ich den scheiß Heli Wenn die mal appariert werden, ist nervig Ach, die wollen jetzt die Uhr gerade ein Jeep In den Fahrstuhl, Leute Im Fahrstuhl, Leute Ja Und, 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 und Ah, schade Brauchst du ne Was denn jetzt? Warte, hab ich die Musik aufnehmen Das muss ich aufnehmen Klappt's? Der Jeep blickt schwer, ne Das ist weg Kommt man da jetzt am schönsten hoch, Mensch Ah, hab's Erfahre mich nicht Nee, bist du bereit Denk dran, wenn du oben ankommst, die schießen sofort auf dich Ja, ich bin gerade im Flugzeug unterwegs Ach, du bist das ja nicht Ja, das ist das ja Ein grüner Kollege Ich bin seitlich am ganzen Gebäude runter Apropos, Levellution, ne? Ach, ich bin seitlich am ganzen Gebäude runter Mann, jetzt haben die Bede hier, wie geht denn das? Ich bin seitlich am Soldaten Genau, ich bin seitdem Ich bin seitdem Ich bin seitdem Ah, fuck Habe ich mich auch wieder dämlich angeschnallt Immer dieser Waffentanz, ey Mann Wir haben die Kontrolle über Einschutzziel Echo verloren Ich bin seitdem Ich bin seitdem Und, ist ruhig? Nee, nee, nee Ist nicht ruhig Ah, fuck 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 Hm Mann, was muss man denn hier alles abreißen, damit das ganze Ding zusammenstürzt? Mann, was muss man denn hier alles abreißen, damit das ganze Ding zusammenstürzt? Oh, Mann Oh, Mann Müsst du doch jetzt eigentlich? Also ich glaube, alle waren die jetzt hier weggerissen mittlerweile Die scheiß Säulen haben auch alle einen mitgekriegt Oh, Mann Das ganze Ziel Alpha wurde gerade neutralisiert Anscheinend ist wärtlich seiner Position feindlicher Helikopter Heute ist kann er zu beitreien Wir haben uns doch trotz überwältigt, dass es den Alfa ist. Festlich von dir ist dein feindlicher Sankar. Hm. Hat der mal eh noch Muni oder so? Eier. Doch, doch, für Wacke schon. Na doch, ich bin grad am Fahrstuhl. Hilfe! Twin Tower. So, ich komm jetzt hoch. Versuch, da ist aber ordentlich Action. Ja, der Kappen-Maketen ja fast schon im Anschlag. Ja, C4. Ist es denn jetzt schon eingestürzt richtig, oder? Ja, irgendwas ist doch schon zusammengeklappt. So, jetzt flieg die Scheiße hin. Ich flieg die Scheiße hin. Ah, jetzt stürzt du auf die andere Seite ein. Geil. Hoffentlich zahlt das meine Versicherung. Pup. Ich hab's nicht verpasst, ich hab's nicht verpasst. Ja, kill! So, hier oben ist sauber. Aua! Doch nicht mehr. Fuck, wo kommen die denn her? Spass, nee. Mann! Oh, ey. Was sind denn, hab ich schon gedacht, ey. Achtung, Achtung. Einsatzziel ECO in Traileron. Einsatzziel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Mein erstes Felsicher in die Krüte. Erstes Licht in der Position. Ich hab' nen feindlichen Heli gesichtet. Achtung, Einsatzziel Delta. Vorsohin war reduziert. Ich hab' nen feindlichen Heli in Sicht. Achtung, ich hab' nen feindlichen Sniper in eurem Gebiet gesichtet, Opa. Und, ich hab' nicht Kontakt zu nem feindlichen MG Schatz. Hörtlich deiner Stellung. So, kill! Haha! Kill! Kill! Haha! So, hier kann ich ja vielleicht bleiben. Muss ich ja einen. Du hast von so nem anderen Panzerwagen mal geschossen. Dann können wir doch mal nachladen, oder? Ja. Hab' ein feindliches, leicht gepanzertes Fahrzeug in eurem Gebiet gesichtet, Opa. Ja, ein bisschen hat er gebrochen. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Bravo. Und, ich hab' nen feindlichen Holterwagen, da hab' ich deiner Stellung gesichtet. Ich hab' nen feindlichen Holterwagen, da hab' ich deiner Stellung gesichtet. Achtung! Hab' ein feindliches Fahrzeug in eurem Gebiet gesichtet. Ah! Scheiße! Ja, da von oben. Panzerwagen rechts. Und da oben ist ein Fußgänger. Der Fußgänger hat schon mal eh nen Hitmarker gekriegt? Von mir hoch. Von mir hoch. Ist tot? Ist noch einer? Pappen. Ich hab' nen feindlichen Helikopter genau südlich an der Stellung gesichtet. Mann! Ich wollt grad' einsteigen, ey. Bin aber auch tot. Mach' da ne Strauss. Gar zu viele. Alter, zehn Kills. Wär' das jetzt Metro? Hätt' ich schon mal wieder was für den Erfolg da. Mensch, stolperst er, oder? Hm? Schon ne Weile. Natürlich. Wir beiden Kumpels. Ne, ich hab'n vorhin nur gesehen. Das fällt ja irgendwie mal auf. Da fällt er wieder auf. Ähm, hat's? Joints ja bei mir? Bist du? Ne, kann grad nicht. Bin grad im Heli, weißt du? Ufa. Ähm. Faindliches Boot gesichtet! Ach. Ich hab' ein faindliches Boot nur aqui von dir gezegati. Einer schlicht echo. Gожалs. Ja. Oh, ja. Wir haben Einsatz in ECHO erobert Toll, jetzt ruhig ein Lauffahrt Ja, hab ich dir so gesagt Wir haben gerade die Kontrolle Ah, schade Na, wie war ich? Super So, mal sehen, wie viele Punkte es jetzt gibt Ich brauche aber 470.000 Nicht 80.000 für das nächste Oh, ein Service-Star 2 Service-Stars 25.000 Habe ich gar nicht gesehen, dass sie gehabt Oh, PDWR habe ich freigeschalten Bist du gut? Genau Ja, ist die PDWR 56.000 Das ist die Langme